Moin Leute und was geht? Heute spielen wir eine Runde Random Duos und wenn euch Fortnite gefällt, dann schreibt es in die Kommentare, ob ich mehr davon machen soll, weil zurzeit suche ich irgendwas was ich machen kann und zurzeit bin ich eher auf Fortnite hängen geblieben. Fortnite geht schnell aufzunehmen. Dafür habe ich dann viel Arbeit mit dem Cutten und allem. Daher ist es schon ein bisschen Arbeit. Zum Beispiel an dem einen Video mit der Heals-Challenge da saß ich glaube ich 15 Minuten am Cutten? 45 Minuten? Dann nochmal 30 Minuten Aufnahme. Also es war schon ziemlich anstrengend, allein um die ganzen einzufügen. Lasst doch gerne ein Abo da, wenn euch das gefällt und wir sehen uns wieder im Match. Und da sind wir wieder. Ich werde jetzt mal holly holly landen und wenn... Hallo? Wenn du deutsch bist, makier mal bitte salty. Wenn du mich hören kannst. Looks gut! Ah! Ah! so wie ich gerade gemerkt habe habe ich gerade probiert mit ihm zu reden ja da war nicht geantwortet also vermute ich darauf dass er gerade kein hätte oder so hat nicht angeschlossen ich hoffe er überlebt so hier mal kurz damals und dann werden wir den pushen der weg läuft wenn sie mit den wenn sie mir müssen wir kriegen oder hallo wenn du mich hören kannst du halt mal bitte stehen hallo hallo ich habe irgendwie die vermutung dass das ein bord ist ich weiß nicht wie ich da drauf komme aber ich war ja Spielscher das nicht redet nicht reagiert eigentlich hört man ja dem anderen Spielscher so ich fahr jetzt wahrscheinlich mit dem hier irgendwo hin mit dem typen aber ich weiß nicht wohin versenkt doch die karre nicht ich hoffe dass hier vorne ist ein bord so ich scann den und jetzt sehe ich zudem sein team mit Alter hatten die viele Mets, äh der eine zumindest, alter Schwede. Ich glaube die Runde werden wir gewinnen. Ich weiß nicht, wie ich wieder drauf komme, vielleicht bei allen Spots oder so, aber... Ja, keine Ahnung. Hm, ich werde jetzt, äh, ich hoffe erfolgt und auch sollte gehen. Ajo. Oh. So. Boah, was können wir jetzt machen? Soll ich die mal hochjagen? Ja, ich weiß, bin ziemlich assig gerade. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Komm jetzt! Und noch mal kurz? Haha! So, das war gerade 20! Ich hoffe, dass das doch die Gegner sind. Muss ich irgendwie sagen, nein, aber ich will den Kills dealen. Ich habe eh genug, eigentlich würde ich gar mal sterben lassen. Okay. 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 Er ist One-Hit. Ich glaube, er hat keine Metz mehr. Habe ich irgendwie so eine Vermutung. Ah, er ist ja gerade abgehauen. Sieht der gerade mit Heli ab? Hinter uns kommt ein Heli. Ich will aber erst mal diesen Typen hier vorne holen, weil der ist One-Hit. Egal, der kriegt man nicht mehr den Typen da. Ist der los? So, was macht der hier? Falls ihr fragt, ja, ich bin lost. So, was ist das? Was ist das? Puh, das war knapp. Alter, ich hab grad, was ihr seht, 300 oder 400 Metz wie die seine Person geopfert. Das ist doch krank, was ist überhaupt das teammate von mir, Alter, da drüben. Links ist einer, dort hinten und dort oben. Oh nee, wieso lege ich mich nicht dagegen an? Die Gang ist stärker als jeder Gegner. Boah, Alter, ey, ich hasse die Gang. Aber ich bringe halt gute Munition und so, das ist halt das Gute. Der Loot Drop kommt genau neben mir runter. Ja, ich war ja, ich spiele eigentlich keinen Rocket Launcher. Ich will jetzt aber gewinnen für euch. Ich will jetzt mal so, so kriegt jetzt Professorin Content aber okay. 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 Das war's. Ich hab doch schon ne Auge. Ich brauch nicht noch eine. Naja, komm, ne. 38 AP. Und damit werde ich jetzt das Video beenden. Ciao, rein, ja.